Hallo und willkommen zum Namen beim Isauroner Jungen. Heute spielen wir da wieder MuneCast. Ähm, ja, wir, also, wir haben die erst gefunden. Die werde ich auch euch mal jetzt zeigen, aber ich habe die nicht abgebaut. Kommst du mit, oder? Ja. Vielleicht könnte das schon bald das andere des Projekts werden. Wir gehen dann einfach in, ähm, aber wir brauchen noch Blaze Rocks. Ja, aber diese noch eine Folge. Höchstwahrscheinlich. Ja, und wenn wir einfach diese Däden finden, ich habe mich einfach komplett nach oben wieder hochgebaut und habe da oben, ähm, Ding. Ich habe da oben so einen Riesenstrich gemacht, damit ich das nicht verliere, Leute. Oh, ich bin da reingefallen. Oder da geht's wie so ein Dirt-Ding. Ich weiß. Nein, das ist falsch. Leute, es geht da einfach geradeaus nach unten, aber man kann einfach nach unten gehen, weil hier überall Wasser ist. Wir müssen jetzt weiter nach unten. Hier, und hier habe ich die erst gefunden, Leute. Ich, ich habe ja auch eine Focke platziert. Und jetzt bauen wir die mal ab. Das sind zwei rein. Was? Oh nein. Okay. Schon gedacht. Und über uns. Was sind viele? Oh, da haben wir viele. Da gab es mir immer am Ende alle, okay? Da unten sind auch welche. Ja, hier sind auch welche, bei mir. Das ist auch Lava. Lava? Die war auch... Ja, wie viele das sind. Viele, die erst finden wir hier. Da muss mir gleich die anderen geben, dann gehen wir ganz schön nach oben. Wir werden das machen, weil... Ich wusste nicht, dass das so viele sind. Da sind noch welche. Was? No way. Dort hat sie gerade erschüttert aus, aber... Wir haben das nicht geschüttert. Das Ding ist, ich wusste davon nicht mal was, dass er das gefunden hat, weil... Ich war gerade so im Schild und er nur so, oh mein Gott, ich habe gerade dieses gefunden. Und nicht nur so. Oh mein Gott. Ey. So viel haben wir. Oder ich habe für 46 und 40, gib mir mal deine, aber ich weiß nicht, die Lava. Komm, ich weiß, gibt sie mal. Jetzt noch Lava. Alle. Wir brauchen. Gib mir alle. Hast du nicht welche mehr? Alle, die ich gefunden habe, habe ich abgebaut. Wirklich? Oh. Ich finde es sind schon eine Zahl. Oh, da liegen noch welche. Nein. Weil ich... Sind die hier in die Lava vielleicht welche reingefallen? Das war echt scheiße. Ja, die haben 49 Dias. Oder ich bring mich jetzt um und gehe nach Hause. Ich habe jetzt mal 49 Dias. Also was kann man nochmal alles machen? Ich mache auf jeden Fall eine Rüstung. Das brauchen wir. 5, 6, 7. Achtung. Uns fehlen noch drei Dias. Dann hätten wir noch zwei später. Ja. Wir haben hier vier Dias. Und noch zwei später jetzt. Eins. Zwei. Cool. Der gab sie nicht deine Rüstung an. Ja, ich gebe sie dir. Zwei. Drei. Ein innerer Mensch ist in unserem Haus gekriegt. Pass auf. Okay, leider. Mit dem war Schmutz, Gold, Rüstung, Gold. Ich habe die lange angehabt, aber... Schaut mal, was wir jetzt haben einfach. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal aufwechseln. Weg mit dem Schmutz. Da mache ich auch das hier hin, Leute. Das... Nee. Das haben wir so ein bisschen schwer. Tut mir leid. Hey, Leute. Man hat sortiert. Ich würde sagen... Ich gehe mit Blaise-Rots-Farm. Ich ziehe mir meine Eisenrüstung an. Oh mein Gott, leider. Und ich suche jetzt mal Blaise-Rots. Ja, aber einfach die. Und wenn wir jetzt diese Folge nicht schaffen, dann werde ich einfach aufscreen mit Obergabe suchen gehen. Komm. Du bräuchst eigentlich nur sechs Blaise-Rots. Ja. Weil aus sechs werden wird Staub. Ich habe mir jetzt mal eine Eisenrüstung angezogen, weil ich möchte die ja hier nicht anziehen. Ich kann ja bald den anderen Dramaten machen. Ich glaube, Leute. Ich glaube, wir werden in dieser Folge hoffentlich loben finden. Und dann in der nächsten einfach end. Ja, komm. Ja, das ist ziemlich gut. Eigentlich schade, dass das Projekt dann schon vorbei ist, aber wir hatten echt, echt viele Folgen. Ja. Weil wir können auch weiter hier spielen. wir haben es jetzt durchgespielt, aber wir können auch einfach jetzt weiter farmen, weiter unser Haus weiter bauen. Ja. Wenn ihr wollt... Keine Ahnung, was gibt's denn noch? Es gibt den... Was? Es gibt noch... Keine Ahnung. Es gibt noch nicht sehr viel. Ach, krasser. Aber wie können wir so viele Dier ausfinden in dieser Höhle? Wir waren doch dort schon mal. Nein. Wir waren nur weiter oben. Und haben... Okay, und dann gar nicht so klonen. Lass uns aufteilen, damit wir beide eine Chance haben, die zu finden. Okay. Leute, ich werde auch erstmal gleich anschauen. Oh, Enderman. Komm, Enderman. Ich bin jetzt mal voll Iron. Oh, nein. Ist ihr weg, Leute? Ich hab ne Enderperle. Hier waren wir schon. So, das war dieser Ort, wo ich mich... So, dann erst gehen. Schocks. Boah, ich bin in den Laber reingefahren. In den Laber reingefahren, hab noch vier Herzen, geil. Ja, Leute. Ich hab noch zwei Herzen. Alter. Anderthalb. Ja, Leute, wir suchen dir grad. Noch ein paar. Ich glaub... Alter, ich glaube... Ich werde jetzt erstmal hier ne Enderperle ganz weit hinten werfen. Safe, das geht jetzt so hart in Lava. Ich hab ein Herz. Ich hab ein Herz. Äh, ne Ender... Merlo, Milfdinger, Merlo, keine Ahnung, wie das heißt. Ey, Leute, ich hab für euch hier Gold, ich nehm das einfach in meiner Hand. Und ich zieh mir einfach einen Goldhelm an, dann reif ich nämlich schon nicht an. Ich hab ein Pillar. Ich kann nicht runterspringen, weil ich glaub ich tot. Scheiße. Ja, Leute, ich muss hier den Weg sicher machen. Jetzt können wir hier rein. Ab in die Festung. Ja, nein. Ich hab ihn einfach gesucht. Ich hab ihn einfach gesucht. Okay, Leute. Hast du ne Festung? Ja, nein. Wir haben doch schon mal so ne riesige Mauer gesehen. Grabe ich mich mal rein. Oh, Leute. Ich telemotiere mich zugeben. Wie da ist denn eine Festung? Leute, vielleicht war jetzt ein bisschen schütterei, aber wir müssen das einfach finden. Und ich hab kein Bock hier irgendwie. Zehn Stunden rum zu. Was auch ein Goldblock. Lass mich vor, lass mich vor. Ah! Äh, ich würde da aufpassen. Ich bin fast tot, ich bin fast tot, ich bin fast tot. So'n den Dinger. Lohn? Ah! Äh! Äh! Hilfe! Hilfe! Ich hab noch ein Herz. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einer! 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 Pot! Picklingrobian. Was ist das? Ich hab noch ein Herz. Ich bin an Feuer geschlagen. Wir sind die Picklingrobiane. Wir müssen doch wieder hin! Lass uns nochmal da hingehen. An meinen Goldtorn. Aber wir wissen nicht woher wo das ist. Weiß ich, sag mir mal, wo das war, weißt du das noch? Hallo? Ich muss nur wissen, wo wir am Anfang lang sind. Hier. Wo bist du, Jörg? Pass auf, sie ist hässliger, große Viech. Zentrali, ich kill das aber. Ich komm dir gleich nach, bei dich. Ich seh noch deinen Name-Tag, also, als gut, ich komm dich. Guck, guck, guck. Wo jetzt? Ich weiß nicht mehr genau, wo... Ich wissen, wo wir am Anfang waren. Das ist viel leichter. Ich weiß nicht mehr genau, wo... Ja, sehr viel, Lager. Graus, egal. Leute, die ein-, die ein-, ... Geh, wie sollen wir hierüber? Abfieh, intro. Denkele Helmirst, das ist mir nicht gewünscht. so, warte sag du das geschafft hast sag Uh, vielleicht würde ich fast runtergefahren ist da wirklich auf Da muss ich nicht losdauern auch ich habe meinen Eindruck was runter springen und ich würde sagen das war es heute mit dem Video das ist ein kostenlos aber und leichter werden jetzt aufs Klinio versuchen zu finden dann haben wir schon schauen wenn wir es nicht machen weil das nicht so spektakulär ist wir werden den einfach aufs Klinio abbauen und das ist ein Minus ja geh hör aufs Klinio